Mein Name ist Fabian Köhler. Dies ist der erste Eintrag des Projektes Mein Alltag. Das Datum ist Freitag, der 3. Juni 2016. Hey, Fabi. Hey, Niklas. Was soll die Kamera? Das ist für ein Schulprojekt. Ich muss meinen Alltag dokumentieren. Dafür musst du auch in deinem Weg gehen, oder? Ja, auch. Also, wenn es dir nichts ausmacht. Nee, nee, kein Ding. Ey, aber fang nicht an, in der Schule zu filmen oder so. Nein, keine Sorge. Ich muss nur allgemein relativ viel filmen, weil ich sonst keine 3 auf dem Zeugnis bekomme. Das ist meine letzte Chance. Und ohne die 3 lassen mich meine Eltern auch nicht mit euch nach Barcelona. Alter, in Barcelona wird so heiß. Kannst du mal kurz die Kamera nehmen? Ja. Ey, hast du gehört? Bei Alex ist heute eine Hausparty. Er hat stummfrei. Und Vanessa kommt auch, ne? Ja, dann... Ja, ich versuch echt zu kommen. Ich muss halt irgendwie meine Eltern überreden. Strengen Penner. Geht schon, Digga. Scheißbauch. Ich bequatsche hier einfach und dann passt das schon. Ey, ey, ich glaube der Bus kommt. Ja, das war ja. Okay, ciao, ne? Ja, ciao. Ey, ähm, wir sehen uns später, ne? Ja, hoffentlich. Wird schon. Ja, ciao. Ja, ciao. Ey, Niklas. Ey, ähm, meine Mom meint jetzt noch, bevor ich zur Party gehe, muss ich noch im Garten irgendwie arbeiten und so weiter. Und, ja, lass dann aber heute Abend Niendorfer Rege da bei der Busstation treffen. Ich bin 장in. Das war's für heute. Ich bin ein bisschen da, weil ich da, weil ich da, weil ich da. Moin Fabi, lass dich durch den Wald verschnappen. Du weißt, was mir mal aufgefallen ist, ne? Ne, sag an. Rein theoretisch war auf dem Mond, am Tag der Mondlandung, eine Alien-Invasion. Ja, gut. Aber auf dem Mond lebt auch keiner, also insofern... Ey, schnull, schnull, schnull. Guck mal da. Der hat eine Knarre, Digga. Ey, hol, hol mal die Bullen. Ich versuch, hier heranzukommen. Okay. Vielleicht film ich dir in Gesichter, weißt du? Dann krieg ich bestimmt noch eins. Alter, lass den Scheiß. Ne, ich geh jetzt ran. Lass das, Fabi. Was war das? Schnell, hauen wir ab. Aber was ist mit dem Geld? Vergiss das Geld. Schnell, hauen wir ab. Was war das? Oh, Gott. Wie war das? Guck mal, gut. Wie war das? Was war das? Ich warte mal. Wie war das? Ich werde hier? Wie war das? Was war das? Vielen Dank.